... was in diesem Jahr zum 80. Mal stattfindet, gibt als das größte Amateurrennen im alpinen Skisport. Weil es vor ein paar Mal, 100 Jahre, auch von den Briten mitbegründet wurde, hat das Rennen auch in England immer noch eine grosse Abziehungskraft und sorgt dafür, dass ganz besondere britische Persönlichkeiten den Weg ins Berner Oberland finden. So zum Beispiel auch der Mann hier, der Diamond Hill, ehemaliger Formel 1-Weltmeister. 1996 hat er den Titel geholt als bester Rennfahrer in der Königsklasse. Da sehen wir Bilder aus der damaligen Zeit. Er ist auch bekannt worden wegen dem harten Duell, den er sich damals geliefert hat mit Michael Schumacher. Egal ob damals im Rennauto oder heute auf der Ski, schnell unterwegs ist der mittlerweile 63-jährige Diamond Hill immer noch. Einstimmen auf den Highway to Hell für Damon Hill. 7 Uhr morgens in der ersten Gondel hoch zum Schildhorn. Der Respekt vor der 9,5 Kilometer langen pickelharten Abfahrt auch beim Formel 1 gestellten Briten spürbar. Ich hätte nie gedacht, dass mich ACDC entspannt, aber das war eine gute Idee von der Seilbahnführerin. Sie war sehr lustig und das hat uns alle etwas beruhigt. Noch einmal durchatmen im Drehrestaurant auf 3000 Meter über Meer. Zeit für den einstigen Weltmeister, sich gemeinsam mit Freund Armin Momen die Rennstrategie zurechtzulegen. Schnell zu fahren ist ein Instinkt, aber ich bin nicht mehr ganz jung, darum muss ich vorsichtiger sein oder es zumindest versuchen. Wie bei einem Pferd muss ich die Zügel etwas fest anziehen. Die Vorsicht hat Gründe. Damon Hill weiß, was ihn erwartet. Er ist nach 2020 zum zweiten Mal am Inferno-Rennen in Mürren mit dabei. Unterwegs zum Start unterhalb des Schildhorns. Im Winter fährt der 63-Jährige regelmäßig Ski, auch gerne schnell. Aber während seine Konkurrenten jetzt den Rennmodus suchen, kämpft Hill vor dem Start gegen den Rennfahrer in ihm an. Der Rennfahrer ist in diesem Rennen der Teufel, das ist das Problem. Er kommt in jedem Starter zum Vorschein, aber ich muss auf ihn aufpassen, denn er sagt nur ständig, lass es laufen, fahr schneller, du bist zu langsam, bleib in der Hocke. Ein Albtraum. Kurz vor 9 Uhr, der Start. 1200 Höhenmeter warten bis ins Ziel. Hill darf als einer der ersten auf die noch frische Piste. Ich glaube, einige Menschen fahren gerne schnell, weil die Welt bei hohem Tempo mehr Sinn macht. Ich genieße den Flow und wenn ich richtig Ski fahre, spüre ich diesen. Auf dem Skis hast du kein Gaspedal, also jedes Mal, wenn du Tempo verlierst, kommt das nicht wieder. Ach Gott, die Aufwärtspassagen, da musst du richtig hart mit den Stöcken arbeiten, um vorwärts zu kommen. Und wenn es dann wieder runter geht, dann ringst du noch in der Nachluft. Der letzte Steilhang und nach etwas über 10 Minuten erreicht die Formel-1-Legende beim größten Amateurski-Rennen der Welt das Ziel. Alles gut, ich bin am Leben. Nichts gebrochen und ich habe das Ziel erreicht. Früher stets auf der Jagd nach tausendstel Sekunden. Am Inferno-Rennen hat Damon Hill den Rennfahrer ganz offensichtlich erfolgreich gezähmt. Ich habe gar nicht auf die Zeit geschaut, als ich über die Ziellinie kam. Wichtiger als die Zeit war mir, dass ich das Rennen ohne Sturz beende. Der sensible alte Mann im Nacken sagt immer, du hast vier Kinder und eine Frau zu Hause. Ich werde keine Rekorde mehr brechen. So verliert Damon Hill etwas mehr als vier Minuten auf die Siegerzeit. Er wird von seinen Landsleuten dennoch empfangen wie ein Champion, standesgemäß mit Champagner. Nur rumgespritzt wird heute nicht mehr. Der gesellige Teil am teuflisch langen Rennen fast ebenso wichtig wie die Abfahrt selber. Es hat großen Spaß gemacht und gibt den Menschen eine Herausforderung. Wir alle lieben das. Jeder kommt ins Ziel und hat seine ganz eigene Befriedigung gefunden. Das gilt auch für ihn. Ob er ein weiteres Mal ans Inferno-Rennen zurückkehrt, lässt er offen, weil auch ein Champion nicht jünger wird. Damon Hill vom Rennfahrer zum Genießer. Zu anderer Sicht und Perspektiven. Schön, wenn man es so geniessen kann mit der Damon Hill. Eine super Geschichte mit einem super Typ zum Abschluss vom heutigen Sportpanorama. Hier geht es jetzt sportlich weiter und zwar mit Super League Highlights. Der Chef Walter Mia ist bereit für seine Premiere.